In der Komödie «Halbe Brüder» treffen sich Julian, Yasin und Adi zum ersten Mal beim Notar. Der erzählt ihnen, dass sie Halbbrüder sind und ihnen ihre gemeinsame Mutter ein Erb hinterlassen hat. Das müssen sie aber zuerst noch finden, weil es Mutter versteckt hat. So machen sich die drei Halbbrüder auf den Weg, wo sie erfahren, was Familienzusammenhalt bedeutet. Einen chaotischen und kurzweiligen Roadtrip, unter anderem mit dem Rapper Sido.